Hi Leute, wir sind hier im Skatepark Hombruch. Wassup Youtube? Weißt du, wie viele Dortmunder das jetzt gucken werden? Wann werde ich eigentlich bezahlt für meinen Job? Achso, willst du nicht direkt losfahren? Hey, bitte nicht so eine Sprache benutzen. Shoutouts an meinen Friseur für dieses geile Herzdesign. Shoutouts. Einfach in der Ball oder was? Digger, einer macht X, aber aus Fly aus. Scheiße! Das war heftig. Jetzt haben wir hier kurz einen Bike-Check. Marien Alcatraz. Warte, die Seite sieht besser aus. Marien Alcatraz, Junge. Aua! Bike-Check, Radon Slush, Komplett Custom. Polizia Merda. Polizia Merda. Polizia Merda. Oh, ey! Polizia Merda! 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 Zum Glück hat es fokussiert, Digger. Was rollt aber richtig scheiße. Ich bist voll langsam. Ich bin schon krank. Deswegen rollt Fahrrad langsam, weil... Ich brauche ein neues Bremskabel. Hier ist dieser Knick. Deswegen, wenn der so ist, dann... Guck, mein Bremshebel geht nicht! Weil das hier eingeknickt ist, der muss so sein. Spendet! Wenn man eine XT-Bremsleitung hat, dann... Ich mach GoFundMe-Link auf. Dann könnt ihr gern spenden. Link ist unten in der Bio. Keiner zerhielt der, Digger. Aber noch sind wir nicht besoffen, um YouTube richtig zu machen. Ehrlich so. Boah, Lapoma-Vlog. 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 360-Triple-Double-Flip-Rip. Try Nr. 15. Juhu! Aber weiter entfernt. Wie heißt der Trick? 360-Y-Double. Y-Double. Hat mit ***. Simon war tot besoffen, Digger. Der hat Trappenstufen gezählt. Der Bastard. Hehehe, boy. Ich hab Angst vor einer. Ah! Kennst du was, wenn so... einfach krank ist? Mhm. Leute, das sind... Das sind die Gespräche beim Radfahren. Basic... Basic... Junge... Hier! Hab ich... Oh mein Gott! So Leute, der Täter wird nochmal... Dann springen wir gleich auf ihn drauf. type... Woman für siamoweh. Politiker, ich weiß nicht... Ok Leute, der hat seit vier Tagen... nicht mehr erakuliert, Universal을 na intestines. Der muss er konnte uns problemlos. Digger, Aaron. So Bizler. Aaron. Aron. You can painters your水 name, man. Wurs enabling you to get pizza. Selbstmordrungen, oder ne, Mordrungen, nicht Selbstmordrungen. Selbstmordrungen! 360 double Y! Könntest du deinen Inzernamen sagen? Au! Au! Shit! Wie oft warst du in der Uni! Not so single! Das ist echt knapp! Ey, nicht so stark! 1,97! Ciao Aaron! So, das ist Arons Insta! Ja, diese Edits, ich sehe nicht mal was er macht in der Luft! So, Arons Edits geht jetzt nach jetzt! Okay! So, Arons Edits geht jetzt nach jetzt! So, Arons Edits! See, go! Honey, get up! I dropped on the ice! With Spice and I'm looking for up! I'm supposed to do mast, they don't hide! It's domm... Scheiß, Karibau gefogen! Hashtag gay. Wann kommt eigentlich hier Hündchen mit Fertigine Katofe? Die Bremsen. Fertalafett. Leute, es ist Tail Whip O'Clock. Wann wärst du dauernd Champions League zu schauen? Tail Whip O'Clock? Aaron! Gay-Porn. Warte, füll mal meinen Arsch. Truck it easy, Ross. Truck! Truck, 270-Barspin. Er hat gesnaked, seine Schuld. Ne, trink schneller. Wann fährst du, Joris? Zu deiner Mutter. Ciao. Ciao. Ja. Leute, die Weihnachtszeit hat begonnen. Ihr glaubt, es begonnen? Begonnen? So Leute, ich war so, es ist ein Baba Beck. Ich hab die aus diesem Flyout lang nicht mehr gemacht. Ich war ja für anderthalb Monate retired. Das war mein Downfall. Ich wurde einfach sick. Ich hatte einmal die todesheftigste Bronchitis. Auf mir den Kuchen im Mund, dafür den hat man auch nicht mehr. Ohne Spaß, den hätte er auf eins machen können. Ja, ich hab zu wenig geklemmt, Bro. Ich konnte den nicht zurückdrehen, Dinger. Naja. Auf eins. Auf eins. Oh nein. So, die Vorbereitungen laufen. Hm? Winter Art. Oh man, ich bin so nach rechts geflogen. Oh nein. Guck mal, wie dumm der ist, ne? Ja. Und der... Ja. Ja, der hat mir nicht auf. Wo hapert's? Wo hapert's? Komm. Wo hapert's? An dir. Digga, warum an mir? Genau so nämlich. Geil. So Leute, das ist der Tag, der Tag endet. So Leute, der Tag endet sich am Ende zu. Leon kommt gleich erst einfach Fahrrad fahren. Digga, fick diesen Leon. Fahrt für uns jezeit Fußball schauen. Nach langer Zeit kam wieder ein Vlog. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Nein. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was wir machen können, so für Videoideen, weil das würde ich ein bisschen nicht... Ich glaube, unsere Videos sind voll langweilig. Ciao Leute. Adios. Ciao Leute. Au revoir. Im Abschluss noch ein geiler Flat-Trick, Leute.